Hallo und herzlich willkommen zu Microsoft Let's Play. Moin hey und hallo und herzlich willkommen auch noch zu Let's Play Cube World in der Alpha. Moin hey und hallo und herzlich willkommen zu Let's Random, die Sage von Odysseus. Moin hey und hallo und auch herzlich willkommen zu dem ersten Let's Test hier auf diesem Kanal. Moin hey und hallo und auch herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Und zwar bin ich jetzt schon seit einem Jahr auf YouTube, beziehungsweise nicht erst seit einem Jahr grundsätzlich, aber vor einem Jahr kam das allererste Video und zwar das allererste Minecraft Together. Also die erste Folge war es und ja, das ist jetzt ein Jahr her, wie hat es gedacht, ein Jahr, ein Jahrespecial und alles und ja, das wird jetzt so eine Art Best auf erst einmal. Danach kommt dann noch was und noch was wahrscheinlich. Ich bin noch nicht ganz fertig beim Schneiden, aber schon mal so teilweise und deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen. Aber an dieser Stelle kann ich mich auf jeden Fall schon mal bedanken für dieses ein Jahr. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und zwar habe ich jetzt ja gerade erst vor, müsste jetzt so vor einer Woche gewesen sein, glaube ich. Ja, das war vor einer Woche so. Ähm, da habe ich ja gerade erst die Pause angekündigt. Die wird jetzt auch immer noch bestehen bleiben. Aber in dieser Pause, also in dieser kurzen Zeit, noch die Zeit kurz vor der Pause, hatte ich noch eine Zeit, ja, ganz viel Zeit, ich weiß, ähm, an diesem Video ein bisschen rumzuschneiden und schnippeln und so und rauszusuchen und alles. Das war auf jeden Fall auch viel Arbeit, schon bisher. Aber da kam auch noch ein bisschen was auf mich zu. Ich habe auch noch ein paar Tage Zeit, wo ich mal so auf das Datum hier gucke. Aber ja, gut. Ähm, ja, und ich bedanke mich dann noch für dieses Jahr auf YouTube. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, gerade mit euch so die Kommentare und alles und schön und gut und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch dabei bleiben. Sicherlich hoffe ich, wenn nicht, dann kommt zu mir und schlag mich. Bitte. Danke. Äh, ja, und dann würde ich mal sagen, noch mal zum dritten Mal Dankeschön, weil ich wirklich weiß, was ich sagen soll, keine besondere Rede vorbereitet hat. Aber, naja, dass ich unverbreitet bin, ist ja bei mir auf dem Kanal sowieso Standard. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, auf das nächste und somit zweite Jahr und bis dahin und ciao. Und jetzt beginnt das Best-Off und wir sehen uns dann oder hören uns dann gleich nochmal. Bis dann und viel Spaß mit dem Best-Off. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Kommt denn jetzt her, vor allem. Mounte mich noch einmal und ich... Boah. Ohne Scheiß, Alter. Fick doch mein Leben. Was zum... Was ist das? Skype? Hm? Ist es Skype? Das Geräusch. Was? Boop, boop, boop. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal in meinen Escape. Ich kann es nicht öffnen, ich habe Minecraft im Vollbild. Ja, dann... Oder bist du das? Nee, ich bin doch nicht. Ich esse gerade ein Brot. Was mache ich gerade? Ich bin eine Melone. Ja, okay. Alter, ich verhau die... Eine Melone. Wenn ich nach der Aufnahme sehe, wäre das... Boah, hast du mal ein Melonenbrot gegessen? Melone. Oh, Alter. Was? Ich habe mir gerade gedacht, da wäre was. Oh, Alter, Creeper. Oh. Alter. Das war ein TNT-Blog. Diamanten. Na, Junge, das war gar nicht mein Ziel. Ähm, sondern das war einfach nur das Intro, das ich schon einmal gemacht habe. Aber ich weiß, meine Intro ist dann nie so besonders, aber... Oh. Mein. Gott. Oh. Mein. Gott. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Oh Gott, wir haben die Probleme und können wir euch nicht mehr machen, der... Also freut euch drauf, das wird jetzt der dritte Knall in diesem SimCity Let's Play, bei dem ich mich auf keinen Fall mehr erschrecken werde. Es wird hingegen fast schon langweilig sein. Wir haben noch genug Wasser. Äh. Ach, Mann. Ich ist... Alter, ich habe vor einer halben Minute gesagt, ja, jetzt wird es schon langweilig, jetzt ist schrecklich wichtig wer... Äh, ich sehe dich. Ich sehe auch niemand. Ich sehe... Ach, das ist ein Feind. Und ich gucke ihn einfach so an. Der geht in einen anderen Modus. Was? Boah, geil, wir haben gleich den Boss down. Ich trinke jetzt einfach nochmal einen Heiltran, zur Sicherheit. Und jetzt bist du dran, mein Freund, jetzt bist du dran. Oh ja, oh ja. Oh, Quest complete. Alter. Ich lüde ja. Ist lüde ja gerade wieder hochgeflogen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Nein. Das ist doch nicht ein... Alter. Alter. Das ist ja. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moin und hallo und auch herzlich willkommen zu dem allerersten Ne-Vlog. Untertitelung des ZDF, 2020